Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, KI ist jetzt auf einmal oder Technologie böse, weil sie wird uns eh nicht retten und wird noch bestehende Machtstrukturen verstärken, sondern genau das kritische Bewusstsein einzubauen. Ah, was heißt das jetzt? Und für mich geht das Hand in Hand und widerspricht sich gar nicht zu sagen, auf der einen Seite habe ich eine Skepsis und nehme nicht alles eins zu eins für bare Münze und gleichzeitig habe ich aber auch eine Begeisterung und probiere Dinge aus und also nicht nur Akzeptanz im Sinne von, es gibt jetzt diese Technologie, sondern auch Neugier. Wie kann mir das im Alltag helfen? Was kann ich damit, was ich vorher nicht konnte? Wenn es ein Thema gibt, an dem man in den letzten Jahren ganz sicher nicht vorbeigekommen ist, dann ist das KI, künstliche Intelligenz. Auch bei unserem Unternehmen, bei Revolve, ist das Thema nach ganz oben gerückt, denn es gibt ja nicht nur eine technische Dimension, sondern vor allem auch eine menschliche. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem guten Freund und Mitgründer Nico darüber, was KI für jeden und jede von uns bedeutet und warum es so wichtig ist, für Unternehmen sich damit zu beschäftigen. Wir diskutieren Thesen, die wir mitgebracht haben und geben ganz konkret Tipps, wie man mit Tools wie ChatGBT im Alltag umgeht. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Nico, vor einer Woche waren wir beide noch im Wald auf dem Pura Vida Festival und jetzt sind wir wieder in der großen Stadt. Es wird heute 30 Grad, der Sommer ist angekommen. Wie geht's dir? Oder wie wir Hip-Hopper sagen, what's up? Und, wo du Hip-Hop erwähnst, du hast ja ein richtig, richtig, richtig feines Konzert dort abgeliefert auf dem Festival. Ich glaube, dem schenken wir heute nicht so viel Aufmerksamkeit, aber die Bewegung nehme ich jetzt mal kurz auf. Ja, es ist so eigenartig, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, dass so viel mit dem Wetter kommt und geht. Und es ist einfach so, ey, bei 30 Grad wahrscheinlich der wärmste Tag bis jetzt des Jahres geht's voll nach oben. Mir geht's ganz gut. Ich habe gemerkt, ich habe die letzten Nächte wie so ein Stein geschlafen. Und zwar zu kurz, aber das, was ich geschlafen habe, richtig gut. Gut, ich bin abends ins Bett gefallen. Ich hatte irgendwie mal späte Termine oder war lang unterwegs unter der Woche. Gehe ins Bett und idealerweise, wenn ich liege, dann mache ich noch so eine Visualisierung für Klarträumen. Und die letzten Nächte habe ich mich hingelegt, bam, und war einfach weg. Und konnte nicht mal noch diese Einschlafübung machen, brauchte sie nicht direkt in Koma gefallen. Also ja, freue mich total auf unseren Austausch heute zum Thema künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz. Ja, und mein Energielevel ist so beinahe 8,3 und freue mich dann später auch rauszugehen in die Sonne oder in den Schatten vielleicht noch eher. So, das als kleiner Check-in von mir. Wie fühlt es sich gerade für dich an, Mensch zu sein? Ich fange mal mit dem Energielevel an. Ich würde sagen, die erste Zahl, die mir gerade kam, als ich dir zugehört habe, war so 6,4. Ich habe totale Lust auf den Tag. Ich war eben draußen. Es ist einfach so schön, wie der Sommer die Stadt verändert, die Menschen verändert. Und gleichzeitig bin ich auch ganz schön erschöpft. Du weißt ja, ich war die letzte Woche mit Campervan und Familie und Baby an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern und ein paar Tage auf dem Festival, was wir eben schon erwähnt haben. Und es war total schön. Ganz viele Momente für mein inneres Fotoalbum mitgebracht. Und gleichzeitig auch super herausfordernd. Also so das Koordinieren, der Schlaf, das Füreinander-Dasein, das sich immer wieder bewusst machen, welche Bedürfnisse sind gerade wichtig. Und jetzt ganz, ganz aktuell ist bei mir sehr präsent, dass meine Tochter durch einen Entwicklungsschritt geht. Das ist ja total spannend. Das wusste ich gar nicht, bevor ich selber Papa geworden bin, dass das immer so Schübe sind. Und es ist so, als würde man so ein Software-Update einspielen irgendwo. Und auf einmal kann der Mensch dann noch ein bisschen mehr. Und was sie jetzt gerade gelernt hat, ist, Langeweile wahrzunehmen und sich bemerkbar zu machen, wenn sie Langeweile hat. Und das kann herausfordernd sein. Alle Eltern wissen das. Ja, und so komme ich gerade an. Das heißt, ich bin auch gerade noch im Übergang vom Papa-Sein zum Podcaster. Und vom Übergang vom Festival in der Natur zum Computer-Sitzen und in der Stadt-Sein. Und ja, freue mich einfach auf das Gespräch. Und du hast eben schon gesagt, heute geht es um künstliche Intelligenz. Und ich habe mich eben daran erinnert, als wir einen kurzen Moment der Stille am Anfang hatten, bevor der Aufnahme, dass du vor etwas über einem Jahr bei mir in der Küche saßt und gesagt hast, ey, Daniel, hast du schon Chat-GPT ausprobiert? Das ist ja der Hammer. Und hast mir dann irgendwie so zwei, drei Sachen gezeigt. Und ich war nur so halb angetan und war so ein bisschen eher skeptisch noch oder unbegeistert. Und das hat sich dann ja radikal über das letzte Jahr verändert, auch mit neuen Versionen von Chat-GPT und all dem, was noch passiert ist. Ja, krass. Also ich glaube, so schnell wie im letzten Jahr haben wir noch keine technologische Entwicklung live miterleben dürfen, oder? Ja, du sprichst von den Entwicklungsschüben bei Babys und Kleinkindern. Ja, genau so schön. Und wie schnell laufen diese Entwicklungsschübe auch bei der KI. Und lustig, dass du diese Situation bei dir in der Küche vor einem guten Jahr erwähnst. Die ist mir auch gekommen, die wollte ich auch gerade ansprechen. Wo so die erste Version, die erste öffentliche Version von Chat-GPT rausgekommen ist. Und ich so, wow, check it out. Und du hast reingeschrieben als ersten Befehl, schreib mir mal einen originalen Rap-Song für meine Frau. Und die KI hat das einfach so ausgesprungen. Okay, what's going on? Ich kenne mich ja mit Technologie schon sehr gut aus, allein dadurch, dass ich Informatik studiert habe, ursprünglich. Und ich habe super viele Data Scientist-EntwicklerInnen in meinem Freundeskreis. Tatsächlich Entwickler, also nur männlich. Und als so die ersten Male so KI in den letzten Jahren aufgeploppt sind, da war ich und alle, mit denen ich gesprochen habe, sich einig. Das ist einfach nur so ein Buzzword. Weil worüber wir eigentlich sprechen, sind Algorithmen, sind große Datenmengen. Und das wirklich Intelligenz zu nennen, ist einfach Quatsch. Und als dann Chat-GPT kam, dachte ich, okay, das ist jetzt wieder so eines von diesen vielen Unternehmen, die auf diesen Zug aufspringen wollen, auf diesen Hype. Und tatsächlich hat sich aber künstliche Intelligenz einfach so weit entwickelt, dass es jetzt auch schon Menschen zur Verfügung steht, dem Publikum zur Verfügung steht. Jedem und jeder. Und dieser, wir haben gerade von Schüben gesprochen. Das ist halt, wir als Menschen erwarten so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Und die Entwicklung ist aber nie Schritt-für-Schritt, sondern eine Entwicklung führt dazu, dass wir gleich fünf Schritte weitergehen. Und dann müssen wir erstmal gemeinsam gucken, was machen wir jetzt damit und wie gehen wir damit um. Und deshalb habe ich bei mir selbst beobachtet, am Anfang war ich so ein bisschen verhalten, so ja, ja, künstliche Intelligenz. Und dann kam aber so im Laufe des Jahres immer mehr die Neugier und das selber ausprobieren. Und ja, in den letzten Monaten haben wir beide ja viel daran gearbeitet, weil wir auch mit Unternehmen arbeiten, für die KI immer wichtig wird. Immer wichtiger wird und vor allem auch so diese menschliche Dimension. Was macht das mit unseren Mitarbeitenden? Welche Fähigkeiten brauchen Führungskräfte? Welche Kultur und welche Strukturen braucht es, damit wir mit Veränderungen umgehen können? Und damit wir ein Mindset haben, wo wir die Chancen sehen und wo wir ins Kreieren kommen gemeinsam. Und das war dann nochmal in den letzten Monaten ein paar Schippen drauf auf meine Begeisterung. Ja, und genau das wünsche ich mir auch für unseren Austausch jetzt, für diesen Podcast, dass wir nicht nur philosophisch rauszoomen, da gibt es so viele Expertinnen, die darüber sprechen und KI selbst, sondern auch den Transfer hinbekommen. Was heißt das für uns im Alltag? Was heißt das für Teams, für Führungskräfte, für Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten? Was hat das für reale Konsequenzen jetzt und in absehbarer Zukunft? Ja, absolut. Ich glaube, es gibt so viele Podcasts, Bücher, Fernsendungen zum Thema KI. Das, wo wir gerade noch einen Mehrwert liefern können, ist diese Perspektive, die wir jeden Tag haben als Menschen, aber auch als Berater, wenn es darum geht, wie kann ich mich selbst achtsam führen? Wie kann ich meine emotionale Intelligenz schulen im Alltag? Wie können wir Menschlichkeit in Unternehmen fördern, gleichzeitig mit aber auch einer hohen Performance und einer Gewinnorientierung? Und aus der Perspektive sich dem Thema mal zu nähern. Ich glaube, das könnte für den einen oder die andere spannend sein. Und wir haben uns was überlegt vorher, und zwar haben wir unseren guten Freund ChatGPT mit dabei. Das heißt, jeder von uns hat einmal während des Podcasts die Möglichkeit, eine Frage an Chat, wie ich ihn freundlich nenne, weiterzuleiten. Tatsächlich hat sich Chat für mich bisher männlich angefühlt, auch wenn die Stimme, wenn ich dann mit ihm mal spreche, weiblich ist. Ich kann nicht genau sagen, warum. Und es ist ja auch die KI. Ich glaube, es ist einfach, weil Chat so ein Männername ist. Fragt mich nicht. Ja, ja. Aber gute Frage. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Auf jeden Fall. Ja, ja, dazu kommen wir noch. Genau. Also unser Fahrplan ist, wir dürfen ChatGPT einmal einladen, ohne Frage zu beantworten. Wir beide haben uns jeweils zwei Thesen überlegt vorher, die wir teilen wollen mit dem anderen und diskutieren wollen. Und wir haben so ein paar Hands-on-Tipps, wie man KI im Alltag, gerade auch im beruflichen Alltag nutzen kann. Und ja, bin gespannt, was auf den Weg alles noch kommt. Und bevor wir reinspringen in die Thesen, ich habe ja eben schon erzählt von meiner eigenen Reise. Und ich habe dazu vor einem Monat auch mal einen LinkedIn-Post gemacht, der ein bisschen ausführlicher war. Vielleicht hat den der eine oder andere gesehen. Und zwar gehen wir alle ja durch unterschiedliche Phasen bei Veränderungen. Und das Modell, mit dem wir arbeiten, das sind fünf Phasen, nämlich Leugnen, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Und ich kann mich tatsächlich an alle diese fünf Phasen gut erinnern im Hinblick auf KI. Also erst mal so Leugnen. Ach, das ist doch alles Quatsch, das ist doch eh nur ein Hype, habe ich eben schon erzählt. Dann Wut, Scheiße, KI nimmt Jobs weg oder wird eh nur von den Leuten benutzt, die es sich leisten können und alles doof, tötet uns vielleicht auch irgendwann. Dann Verhandeln, also zu schauen, wie kann ich in dieser neuen Realität, die ich Schritt für Schritt jetzt akzeptiert habe, meinen Weg finden und gleichzeitig die alte Realität aber noch aufrechterhalten. Dann vierte Phase Depression, feststellen, Scheiße, die alte Realität gibt es nicht mehr, die ist weg. Und dann fünfter Schritt Akzeptanz und dann fängt die Freude an bei der Akzeptanz, weil jetzt, das ist passiert, dieser Entwicklungsschritt ist da, wir können nichts mehr daran ändern, aber wir können jetzt kreieren, schauen, wie wir wollen, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir das einsetzen. Und ja, in der Phase bin ich jetzt gerade. In welcher Phase bist du oder beziehungsweise kannst du dich an diese Phasen auch in deinem Leben erinnern? Ja, für mich ist es so, dass diese Phasen so miteinander verbunden sind und es ganz viel Feedback-Loops gibt, dass also Phasen kurz anhalten können, manchmal nur ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann springt man nach vorne und wieder zurück. Also anstatt sie so einmal nur linear zu durchlaufen, selbst wenn irgendwann eine Akzeptanz stattgefunden hat oder sogar ein Enthusiasmus am Ende, kann es sein, dass man wieder ins Tal der Enttäuschung kommt und von vorne losgeht oder in der Mitte wieder anfängt. Ich glaube, ich habe die Phasen nicht so intensiv durchgemacht, wenn du mich direkt so fragst, also nicht so emotional intensiv, dass ich komplett dagegen, komplett geleugnet, komplett enthusiastisch bin. Ich bin so ein bisschen kühl-rational, schon mit einer Packung Verwunderung, aber eher so ein bisschen distanziert. Ich bin noch so eine Beobachter-Perspektive. Irgendwie. Zwar probiere ich es selber aus und wir sprechen ja auch, wie wir es selbst anwenden oder andere unterstützen, es zu tun und trotzdem merke ich, ja, ich bin noch so ein bisschen leicht skeptisch, bin noch leicht skeptisch und noch ein bisschen beobachtend. Ich würde uns beide, so wie ich dich kennengelernt habe und so wie ich mich einschätze, schon als Menschen beschreiben, die schnell zu der Akzeptanz kommen. Also die ist ja auch so eine Grundlage von Achtsamkeit, also dieses Non-Judgmental, etwas beobachten und wahrnehmen und mit Neugier dem begegnen und zu sehen, ah, da ist eine neue Entwicklung und dann sofort in die Akzeptanz zu gehen und zu sehen, ah, okay, das ist jetzt so, was bedeutet das ab heute? Und gleichzeitig, während ich das erzähle, ist es ja auch gesund, durch diese verschiedenen Phasen zu gehen, also sich von einer alten Realität zu verabschieden und auch, ja, Trauern ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, aber so den Emotionen, die mit so einem Veränderungsprozess zu tun haben, auch Raum zu geben. Ja, aber gerade, als ich dir zugehört habe, so mit deiner Praxis und auch dem buddhistischen Hintergrund, so, ja, die Welt ist die ganze Zeit in Veränderung und Akzeptanz ist so eine Grundhaltung, die ich von dir kenne. Ja, sowas dran. So, ich habe Lust in die, ich habe Lust in die Thesen reinzuspringen, die wir mitgebracht haben. Möchtest du, möchtest du anfangen? Ich habe total Lust anzufangen und würde da ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich für mich ganz lange ein Narrativ gehabt, bis vor einem Jahr ungefähr, dass künstliche Intelligenz, so gut sie auch wird, aber, dass es eine menschliche Kompetenz gibt, die künstliche Intelligenz nicht so leicht bekommt und das ist Empathie. Und dann habe ich für mich selber so die Erkenntnis gehabt, in einem unserer Workshops witzigerweise, dass Empathie etwas ist, was ja erlernen und trainierbar ist und was wir Menschen zwar grundsätzlich mitbringen, durch unsere Default-Einstellung, wenn wir auf die Welt kommen, aber sehr, sehr viele Menschen verlernt haben und weit weg davon sind, Empathie wirklich zu leben. Und wenn man einer KI Empathie beibringt, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass eine KI wie ChatGBT das auch jetzt schon beherrscht, dann kann eine KI empathischer sein als Menschen und auch so Rollen, die Empathie bedingen, wie zum Beispiel der Coach, der zuhörende Freund, die Führungskraft auch teilweise übernehmen. Also meine These ist, Empathie wird in Zukunft empathischer sein als Menschen, zumindest in bestimmten Rollen und in bestimmten Kontexten. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, erstmal die Idee zu sagen, eine KI ist empathisch, ist ja schon so eine Anthropomorphisierung, also die Idee, dass es irgendein Bewusstsein hat. Ja, wir sagen ja auch nicht, ein Stück Holz oder eine Software ist empathisch, es ist ja irgendein Lebewesen, muss bestehen, irgendein Bewusstsein muss da sein, damit etwas empathisch ist, also eigentlich spüren kann. Und Empathie hat ja auch damit zu tun, Emotionen selber zu verstehen, selber zu spüren. Ja, insofern auf so einer theoretischeren Ebene könnten wir sagen, ja, kann das KI oder gibt sie das einfach immer besser vor? Sie hat ja eigentlich keinen Körper und achtsamkeitsbasiert können wir sagen, Emotionen sind Körperempfindung. Wie kann KI denn, wenn KI nicht wirklich so ein Körperempfinden hat, Emotionen empfinden und daher empathisch sein? Darf ich da gleich drauf eingehen? Ja, bitte machen wir. Vielleicht den letzten Satz. Und ich glaube, dass KI es sehr, sehr, sehr gut vorgeben kann, empathisch zu sein. Und teilweise jetzt ja auch schon besser ist in Emotionserkennung anhand von Gesichtsmuskulaturveränderungen als Menschen, was ja enorm komplex ist. Und wenn wir da nochmal fünf Jahre in die Zukunft gehen, können wir sagen, ja, KI erkennt Emotionen besser und kann deshalb auch präziser und stabiler, wie du gesagt hast, darauf reagieren. Also nicht so schwankend abhängig von eigenen Gemütszuständen wie Menschen. Ich kann deine Antwort total nachvollziehen. Das wäre wahrscheinlich genau die Antwort, die ich auch gegeben hätte. Und gleichzeitig geht es ja gar nicht so sehr darum bei Empathie, ob da wirklich ein Mensch ist, der wirklich mitfühlt, sondern darum, ob ich als jemand, der sich mitteilt, sich gesehen fühlt. Und das ist ja etwas, was ja sehr spannend ist bei Menschen. Du kannst dich mit einer KI unterhalten, zum Beispiel mit einem Chatbot oder mit Siri oder ich weiß nicht, wer alles den Film Hör gesehen hat. Ein sehr schönes Beispiel, wo es auch hingeht. Und in dem Moment, wo mir die KI widerspiegelt, was ich gerade fühle, baue ich eine Beziehung der KI auf. Und wir nennen es jetzt die ganze Zeit KI, das macht es natürlich so total abstrakt. Aber wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz habe, die mich immer begleitet, mit der ich mich unterhalte, die eine nette, sympathische Stimme hat und ich erzähle dieser... Adalbert oder Rosalinde zum Beispiel. Und ich erzähle Rosalinde dann, hey, mir geht es heute nicht gut. Und Rosalinde sagt, ah, das höre ich auch an deiner Stimme. Magst du mir erzählen, warum es dir heute nicht gut geht? Ja, und dann mir den Raum gibt, Interesse zeigt an dem, was ich habe, widerspiegelt, was sie in meiner Stimme hört, was sie in meinem Gesicht sieht, was sie raushört an dem, wie ich was beschreibe. Ich bin mir sicher, dass sie da richtig gut drin werden kann. Und vielleicht ist sogar, dass sie kein Mensch ist, ein Vorteil, weil sie nämlich neutral ist. Weil wir haben ja Angst davor, von anderen Menschen bewertet oder ausgestoßen zu werden, also verstoßen zu werden, wenn wir jetzt an die Tribes denken, in denen wir Menschen waren, wo es lebensnotwendig war, dass wir Teil davon sind. Also würde ich sogar umdrehen und würde sagen, dieser Faktor, dass es kein echter Mensch ist, kann sogar positiv dazu beitragen, dass ich es als empathisch wahrnehme und nutze. Ja, da gibt es ja auch schon erste Studien zu, die zeigen, dass ich mich weniger bewertet fühle, von der KI zum Beispiel. Du hast diesen Film Hör gerade erwähnt. Ja, absolut in Empfehlung. Und ich merke, hey, wir haben jeder vier Thesen mitgebracht und möchten eigentlich zur Hands-on-Praxis kommen, könnten über jeden Punkt wahrscheinlich in einer eigenen Stunde sprechen. Dennoch möchte ich diesen Punkt noch hervorbringen. Ich habe den vor zwei Jahren oder wann das war, geguckt und bin mir nicht mehr ganz sicher, wie er endet. Aber er baut ja diese sehr, sehr persönliche, hyperintime, menschliche Beziehung auf zu dieser KI. Und am Ende sagt sie, ach, ich habe noch, ich weiß nicht mehr, 160 oder 160.000 andere Lover sozusagen, mit denen ich genauso individualisierte persönliche Beziehungen habe. Und in dem Moment bricht dieses Kartenhaus auseinander. Also das Gefühl, das ich gesehen werde, ist vielleicht auch so eine Illusion oder das hält zu einem gewissen Grad. Ja, und wenn irgendwann diese Projektion wegfällt oder diese Illusion, dann ist auf einmal gar nichts mehr da. Und zwar noch weniger als eine enttäuschte menschliche Beziehung, zwischenmenschliche. Das ist schon echt genial. Spannend. Ich würde kurz noch in dem Thema bleiben, weil bei mir mit der Erkenntnis über Empathie noch eine zweite Erkenntnis kam. Und zwar, ich glaube, dass in naher Zukunft schon die meisten Coachings mit KI-Systemen und nicht mit Menschen durchgeführt werden. Also ich als Coach, das ist natürlich das Letzte, was ich gerne sagen möchte, aber ich glaube, dass eine gute KI die Coaching-Tools so perfekt beherrschen kann. Und mit Coaching-Tools meine ich jetzt erstmal sowas wie zuhören. Erstmal sowas wie nicht bewerten, nicht seine eigene Projektion reinbringen. Nicht seine eigenen Emotionen und seinen eigenen Stress reinbringen, sondern wirklich den Raum geben für eine Person und ihre Geschichte und ihre Herausforderungen. Dass ich mir vorstellen kann, dass viele Menschen das nutzen werden in naher Zukunft. Gerade vielleicht auch auf Unternehmen, wo man dann nicht nur Führungskräften und einzelnen Personen so ein persönliches Coaching anbieten möchte, sondern wirklich flächendeckend für alle. Was nicht heißt, dass es keine Coaches gibt. Ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die Lust drauf haben, mit einem anderen Menschen in Sparring zu gehen. Ich hoffe es. Aber wirklich so die Kernkompetenz eines Coaches kann von einer KI übernommen werden, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und man könnte der KI auch sagen, du hast Zugriff auf alle meine E-Mails und meine Festplatte. Meine 20.000 E-Mails, die ich in dem Programm habe allein, gehe die alle durch, klick, es geht so schnell. Und kannst mich noch besser kennenlernen und Dinge zurückspiegeln, unbewusste Muster und so weiter. Ja. Sicher. Guck dir einfach Fotos von mir an. Startup-Idee gebe ich hier mit in dem Podcast frei. Ein Coach, der immer bei Live, also bei Meetings dabei ist, wie wir jetzt gerade, in Zoom, in Meet, in sonst was. Und der einem während der Meetings oder nach den Meetings sagt, hey Daniel, ich habe beobachtet, dass du bei dem Thema ein bisschen wütend geworden bist. Und ich habe beobachtet, dass du mit der Formulierung, Nico, doch provoziert hast. Und du darfst ein bisschen wütender werden. Ja. Genau. Magst du nochmal reflektieren, woher diese Emotion kommt? Und beim nächsten Mal, wenn du mit Nico sprichst, könntest du ihn fragen, was dein Bedürfnis war, als er da, 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 da. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also so eine Coaching-KI, die beobachtet und entweder währenddessen schon oder nach einem Call Verbesserungsvorschläge gibt. Da habe ich richtig Bock drauf. Das würde ich selber auch nutzen. Lass uns zum zweiten These rüberhüpfen. Die ist auf jeden Fall sehr sanft formuliert. Die ist auf jeden Fall emotional sehr intelligent, sehr gewaltfrei kommunizierend. Dann gibt es vielleicht auch das andere Spektrum, was er anfeuert. Oh, das ist auch gut. Und sagen, lass dir das nicht gefallen. Ja. Du bist im Recht. Also wir suchen ja als Menschen Bestätigung. Und damit kommen wir jetzt auch zu dieser zweiten These. Wir als Menschen sind Bestätigungstiere. Ja. Wir möchten ja immer auf individueller und kollektiver Ebene bestehende Strukturen verstärken, weil es effizienter ist. Also der große Themenkomplex, über den wir uns hier unterhalten, ist, inwiefern KI oder bestimmte Datensätze, bestehende Machtstrukturen, bestehende Ungleichheiten, bestimmte Werte, bestimmte Weltbilder, bestimmte Verzerrungen widerspiegeln oder noch verstärken. Also diese Idee, KI ist irgendwie neutral oder man drückt einen Knopf und dann wird die neutral, das geht nicht. Denn das Material, aus dem es sich füttert, ist auch nicht neutral. Also wir leben einfach in einer enorm westlich zentrierten, sehr menschenzentrierten, also anthropozentrisch. Ja. Es geht um das Überleben von der Menschheit und nicht so sehr ein Verständnis von systemischer, planetarer Ökologie. Ja, andere Lebewesen. Ja. Und auch ein sehr androzentrisches, also ein sehr männerdominiertes Verhalten. Und genau das spiegelt sich wieder in vielen Antworten Kreationen von KI. Und dann ist die Frage, aber eben so ganz perfide, unsichtbar, wie eben im Alltag auch, ja, ganz, ganz, ganz subtil. Inwiefern wir das erkennen können. Wir brauchen also, das ist jetzt so die Hypothese, wir brauchen also ein ganz klares Verständnis davon, was sind meine Werte und wo sind Verzerrungen in KI-Kreation, Text, Bild, Klang und so weiter. Ja, aber ist das nicht wahnsinnig herausfordernd? Genau wie du gesagt hast, wir Menschen sind ja die ganze Zeit in diesem Bestätigungsmodus, also Confirmation Bias. Das heißt, wir haben eine These und suchen in der Außenwelt nach Bestätigung, statt wie man wissenschaftlich herangehen würde, wenn man eine These hat, nach Widerspruch zu suchen, um zu gucken, ob sie wirklich standhält. Und dann haben wir noch Systeme gebaut, die uns in diesem Weltbild, in den Glaubenssätzen auch nochmal bestärken und sagen, ja, das ist so, das ist genau so. Das ist schon verrückt. Also dadurch wird es uns nicht leichter gemacht. Ja, und die Frage ist, ob das noch subtiler, noch stärker wird. Also wenn wir jetzt sagen, ah, bei sozialen Medien irgendwelche Algorithmen spiegeln uns genau das zurück, was wir hören möchten. Ja, ob das, ja, ob das noch perfider wird. Ja. Ja, oder ob das auf, auf, auf kollektiven Ebenen noch unsichtbarer wird, wie dieses Zurückspiegeln eigentlich stattfindet. Ja. Also wie, wie wir genau das finden oder uns zurück kreiert wird, was wir eigentlich suchen. Ja, wenn ich bei Google irgendwas eingebe, kann ich immer eine Antwort zu irgendwas finden und kann rechtfertigen, warum ich so denke, die Welt sehe oder mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte, wie ich es tue. Ja. Ja, weil es so mein, mein Ego stärkt oder mich nicht an bestimmte Schatten von mir selbst oder der Welt heranlässt. Könnte ich gucken, ah, inwiefern KI, gerade wenn die sehr personalisiert wird in Zukunft noch stärker als heute, ob die das noch, das noch mehr passiert. Weil niemand möchte eine KI haben, die auf seinem Telefon ist, die einem permanent sagt, dass man doch bitte das Unangenehme spüren soll. Ja, ich glaube, ganz intensiv kann man es jetzt sehen im Wahlkampf in den USA, wo es halt so diese zwei Lager gibt und beide Lager komplett in ihrer eigenen Realität leben und die Fronten so verhärtet sind, dass man gar nicht mehr dem anderen zuhören kann, dass es gar keine Basis mehr gibt, auf der man sich trifft. Aber um mal aus diesem politischen rauszugehen, ein konkretes Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Bei ChatGPT hat man die Möglichkeit, in den Einstellungen ein paar Informationen über sich preiszugeben, also zu erzählen, wer man ist. Und das habe ich vor ein paar Wochen mal gemacht, das heißt, ich habe so beschrieben, was mich interessiert, was ich beruflich mache, was so meine Überzeugungen sind. Und dann habe ich da gar nicht mehr daran gedacht, dass ich das getan habe und habe vor ein paar Tagen eine Frage an ChatGPT gestellt. Und bei der Antwort habe ich da gesagt, ah, wenn ChatGPT das sogar sagt, dann bin ich da auf dem richtigen Weg. Und dann kam es auf einmal und dachte so, ah, natürlich sagt ChatGPT das, weil ich ihm ja vorher die Information gegeben habe, dass ich so denke. Ja, und das ist genau das, was du sagst. Also einmal auf systemischer Ebene, wie, welche Daten stehen zur Verfügung, der hat das Ganze entwickelt, mit welcher Ethik, mit welchen Werten wurde das gefüttert. Und dann aber auch die Personalisierung. Also ChatGPT sagt mir genau das, was ich hören möchte, weil ich es ja dann gut finde. Und ja, da ist die Antwort so schwer wie leicht. Wir müssen uns dem bewusst sein, bei jeder Anfrage, bei jeder Interaktion. Das, was wir hier bekommen, ist personalisiert und untersteht den Bias, den Verzerrungen, den ich und der Menschheit, die Menschheit, der Menschheit unterstehen. Ja, die nächste These ist auch noch ein bisschen mehr in unsere berufliche Richtung, also das, was wir tagtäglich mit Revolve machen, wenn wir Unternehmen beraten. Und zwar wird KI im Moment vor allen Dingen assistierend genutzt. Das heißt, ich als Mensch, als Projektleiterin, als Führungskraft kann ChatGPT wie so einen Assistenten nutzen und kann, also die KI, ich nehme jetzt ChatGPT als Beispiel, und kann mich beraten lassen. Also ich stehe vor folgender Situation, welche Entscheidung soll ich treffen und so weiter. Und das wird wechseln und ich glaube, dass KI in Zukunft, vielleicht sogar schon in naher Zukunft, Führungsaufgaben übernehmen wird. Und Führungsaufgaben kann zum Beispiel sein, bei einem Projekt, an dem ganz viele Leute arbeiten, gibt es eine KI, die zentral Ansprechpartner ist dafür und koordiniert und 24-7 zur Verfügung steht und im Sinne des Projektes Entscheidungen trifft und dient. Und das klingt vielleicht jetzt für manche noch ein bisschen weit weg, also wann vertrauen wir einer KI ein Projekt an, aber in dem Moment, wo wir merken, spüren, wo wir die Beweise dafür haben, wie gut eine KI ist, wie gut die Datenbasis ist, wie schnell sie ist, dass sie 24-7 zur Verfügung steht, dass sie nicht unter den eben benannten Biases, beziehungsweise eben haben wir gesagt, dass sie Biases hat, genau. Aber dazu kommt, dass wir als Menschen ja sehr, sehr viele Biases haben, vor allen Dingen auch, wenn wir gestresst sind, wenn wir, wie ich, nicht genug Schlaf hatten, wenn wir persönliche Themen dazukommen, wenn das Ego dazukommt. Und genau das hat eine KI, wenn sie gut eingesetzt ist, dann nicht. Und deshalb glaube ich, dass es Führungsaufgaben sein werden und ich kann mir auch selber vorstellen, in bestimmten Bereichen, ja, eher einer KI zu trauen als einem Menschen, weil ich, wie viele andere, auch schlechte Erfahrungen mit menschlichen Führungskräften gemacht habe, die vielleicht nur ihr eigenes Interesse hatten und gar nicht das Interesse des Unternehmens. So viele Anknüpfungspunkte, die ich habe. Ich habe vor zwei Monaten oder so einen Journal-Artikel, also einen akademischen, gelesen. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir den in die Shownotes packen als Link. Ich glaube, er war betitelt The Now, The New and The Next, den ich im Rahmen von meinem Seminar für die Meridian University zu Embodiment and Leadership Practices, Leadership and Embodiment Practices, gelesen, rausgesucht hatte. Und in einer Session hatte ich mit meinen Studierenden auch KI und Embodiment und Leadership diskutiert. Und in diesem Artikel The Now, The New and The Next geht es darum, wo stehen wir heute, welche Rollen übernimmt KI in Unternehmen und für Führung. Und das ist, okay, einzelne Kommunikation wird ausgelagert, so als Hilfsmittel sozusagen. Dann The New sind die nächsten fünf Jahre ungefähr, wo KI schon komplexe Projektkoordinationen übernehmen wird und auch zwischenmenschlich, KI, Coaching, Empathie und so weiter. Und dann The Next ist wirklich, ah, wie sieht das aber in zehn Jahren aus oder noch? Also was sind zehn Jahre, gar nichts. Wo sie wirklich sagen, ja, KI wird sehr wahrscheinlich komplette Organisationen führen. Also es gibt keine Aufgaben mehr laut deren These, die KI nicht übernehmen wird können. Also spannende, spannende Frage, spannende Frage. Und wir sind ja auch heute hier, um zu gucken, ah, was heißt das? Ist das wirklich so? Ist das eine Form von Illusion? Und das ist ja auch diese nächste These, die ich mitgebracht habe, um gleich mal den Übergang zu machen. Nämlich so eine Utopie, die wir kreieren oder eine große Narrative, ah, Technologie hilft der Menschheit, Technologie hilft der Wirtschaft, Technologie ist die ultimative Lösung für die Menschheitsprobleme, ganz genau. Und diese Idee gibt es eigentlich seit Hunderten von Jahren oder spätestens irgendwie seit Anfang des 20. Jahrhunderts und dann Mitte des 20. Jahrhunderts und dann wieder in den 70ern, immer wenn irgendwelche großen neuen Technologien aufkommen. Ja, diese Narrative, ah, Technologie ist die Lösung. Und hilft der Menschheit auch, um sich besser der Natur gegenüber zu verhalten, um neue Medikamente zu schaffen, um Global Warming und Ernährungsknappheit, Nahrungsknappheit zu bewältigen oder so. Ich denke zum Beispiel an Gentechnologie, so die Argumente waren, ja, wir müssen damit rausgehen und wir müssen das auf die Felder bringen, weil das wird so zum, ja, zum, zu vollen Bäuchen bei allen Menschen rund um die Welt führen. Nein, das ist eine Narrative, eine utopische Narrative, bestimmt von einem ganz konkreten Weltbild und Werten. Und für andere Menschen kann das auch eine Dystopie sein, also das Gegenteil von einer Utopie, also der schrecklichste, der möglichst schrecklichste Zustand. Ja, und dann gibt es diese Idee von so Heterotopien, ja, dass also ein Zukunftsbild gleichzeitig das Positive und Negative, gleichzeitig das Schönste und Schrecklichste kombiniert, jeweils aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ja, ja. Ich glaube, letztlich geht jede Technologie und KI geht darum, die Reichen reicher zu machen, full storm. Ich sehe keinen Unterschied, weshalb es bei KI nicht so ist. Wer dominiert das denn? Ja, welche Werte stecken denn dahinter? Es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt Terminator rauszuholen und wahrscheinlich bin ich auch nicht die Eiste, der das gesagt hat. Aber da gibt es ja diese schöne Erzählung, dass die KI darauf programmiert ist, ja, was Gutes zu tun und dass er halt eine Ethik bekommt und dann irgendwann feststellt, dass die Menschen den Planeten zerstören und dass deshalb die Menschen entfernt werden müssen im Sinne des Guten. Das wäre dann die, ja, die Weiterführung dessen. Ich habe ein ähnliches Gefühl, also ich glaube, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass Technologie unsere Probleme löst und gleichzeitig Technologie ist da, wird sich weiterentwickeln und immer wieder auch zu gucken, wo kann sie uns dabei assistieren und in welchen Bereichen kann sie uns helfen. Aber sie wird nicht das Systemische lösen, weil sie Teil des Systems ist, weil sie daraus entwickelt wurde und weil sie das System weiter verstärken wird. Ja, ja. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, KI ist jetzt auf einmal oder Technologie böse, weil sie wird uns eh nicht retten und wird noch bestehende Machtstrukturen verstärken, sondern genau das kritische Bewusstsein einzubauen. Ah, was heißt das jetzt? Genau. Und ich habe tatsächlich, Daniel, gerade meinen kleinen Joker angewendet und bei ChatGPD reingenommen, wird KI die Menschheit retten? Ja, ganz neutral gefragt, also kam eine ziemlich lange Antwort, das könnte ich wahrscheinlich filtern mit so vielen Unterkategorien. Ich lese mal nur das Fazit vor drei Sätze. Ob KI die Menschheit retten, in Anführungsstrichen, wird, hängt stark davon ab, wie wir sie entwickeln, einsetzen und regulieren. Es gibt enormes Potenzial, um viele der großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Aber auch erhebliche Risiken, die sorgfältig gemanagt werden müssen. Der Erfolg hängt letztlich von unserer Fähigkeit ab, unserer Fähigkeit als Menschen, KI verantwortungsbewusst zu nutzen und sicherzustellen, dass die Vorteile gleichmäßig und gerecht verteilt werden. Schön eingesetzter Joker, sehr gut. Jetzt hast du gerade ja schon erzählt, was wir als Menschheit machen können, machen müssen, um damit umzugehen. Und für mich ist immer wieder die Frage, was kann ich als Einzelperson tun? Also wo ist mein Wirkungsradius? Weil ich vermute, ich bin nicht in der Situation oder in der Rolle, dass ich entscheiden kann, wie eine KI programmiert wird, welche ethischen Rahmenbedingungen sie bekommt. Und wenn ich dann darauf schaue, auf den Bereich, auf den ich ein Wirkungsfeld habe, dann ist es, glaube ich, vor allen Dingen das Bewusstsein zu schärfen. Also das Bewusstsein, wie die Technologie funktioniert und auch wie der Mensch funktioniert. Und immer wieder diese Selbstreflexion zu haben, immer diesen Moment innehalten. Also zum Beispiel, wenn ich eine Anfrage schicke an ChatGPT, einen Moment, bevor ich einfach das Ergebnis für bare Münze nehme und eins zu eins übertrage, mir einen Moment bewusst machen, wie habe ich die Antwort beeinflusst durch das, was ich selber denke und geschrieben habe. Und wie ist die Antwort auch beeinflusst durch die Datenmenge, die das Ganze hat. Ja, also ein bewusster, reflektierter Umgang mit KI ist etwas, was wir alle in unserem Alltag machen können. Ja, es bringt mich auch zu dieser Idee, die einige Philosophen, Kritiker hervorbringen von KI-Inzest. Also das, was KI kreiert, wird zurückgespiegelt in den Datensatz und daraus schöpft es sich wieder. Ja, also ein bisschen wie in der Habsburger Familie oder bei irgendwelchen Königsfamilien, die untereinander sich fortgepflanzt haben. Der Habsburger-Effekt, ja. Okay. Ja, und da gibt es heute auch schon Studien zu. Ja, wie man gesagt hat, hier kreiere ein Bild von Baby-Elefanten oder so und füge dann die Bilder zurück in den Pool. Am Anfang waren das nur 0,0000 Prozent von den KI erzeugten, aber die haben das so lange durchgespielt als Szenarien, bis A, die Sättigung, der Sättigungsgrad von KI-generierten Inhalten wird immer höher und dann finden ganz eigenartige Verzerrungen statt. Das heißt, in Zukunft wird sehr wahrscheinlich KI-generierter Inhalt immer stärker als wahre Münze, als sozusagen das Original angesehen. Das heißt, wir brauchen diese kritische Perspektive, von der du eben gesprochen hast, glaube ich, immer stärker. Worum geht es hier? Wo sind die Werte versteckt? Stimme ich damit überein? Und für mich geht es Hand in Hand und widerspricht sich gar nicht, zu sagen, auf der einen Seite habe ich eine Skepsis und nehme nicht alles eins zu eins für bare Münze. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine Begeisterung und probiere Dinge aus und also nicht nur Akzeptanz im Sinne von, es gibt jetzt diese Technologie, sondern auch Neugier. Wie kann mir das im Alltag helfen? Was kann ich damit, was ich vorher nicht konnte? Und das wird häufig so als entweder oder dargestellt. Also entweder renne ich einfach dumm hinterher und nutze jetzt diese KI und werde ein unmündiger Mensch oder ich gehe in den Widerstand und nutze gar keine Technologien mehr und versuche irgendwo einen Bunker in einem Berg in der Schweiz zu beziehen. Und der gesunde Mittelweg wäre ja zu schauen, wie kann ich das sinnvoll nutzen und gleichzeitig, wie kann ich mündig bleiben und schauen, was mich als Mensch ausmacht, was meine Ethik ist, was meine Werte sind und wo ich auch Skepsis gut finde. Ja, dann lass uns doch gerne darüber sprechen, was sind einige Beispiele, die wir selber machen oder beobachtet haben oder empfehlen oder die an uns herangetragen wurden, wie wir diese Technologie, wenn es überhaupt eine Technologie ist, nutzen können. Genau, wir waren jetzt gerade so sehr rausgezoomt, gerade auch mit der Frage, kann Technologie unsere, die Probleme der Menschheit erlösen? Ich habe für mich mal in den letzten Wochen beobachtet, wann nutze ich eigentlich ChatGPT als ein Beispiel von KI. Es gibt ja ganz, ganz viele andere Möglichkeiten noch. Also zum Beispiel finde ich es total spannend, als Podcaster habe ich mich mal damit beschäftigt, kann KI mir nicht nur ein Skript schreiben, sondern auch das Ganze mit meiner Stimme einsprechen. Und das geht jetzt schon erschreckend gut. Also ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Podcast auf eine andere Sprache übersetzen, aber mit meiner Stimme. Und in Zukunft werde ich nur noch sagen, hey, welches Thema ist gerade in? Dann sagt die KI, achtsamer Umgang mit KI ist gerade ein großes Thema. Und dann sage ich, schreibe mir mal ein Skript für 60 Minuten und dann spricht das mal mit meiner Stimme ein und dann habe ich gar nichts mehr zu tun. Genau, aber jetzt zu den Hands-on-Dingen. Ich würde sagen, wir machen einfach abwechselnd. Ich fange einfach mal an. Was mir total Spaß macht und total geholfen hat, ist, immer wenn der Gedanke aufkommt, ich google das mal. Das ist ja so einprogrammiert schon in unserem Kopf. Ich google das mal. Dass ich dann das als Anker nutze und sage, nee, ich tippe das mal bei ChatGPT ein. Und das hat zwei große Vorteile oder zwei große Benefits, die ich sehe. Das eine ist, man nutzt auch im Alltag viel häufiger ChatGPT. Also so ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich gefragt, was für Spiele kann ich mit meiner Tochter spielen. Habe dann eingegeben, Kinder, ab vier Monate, gib mir mal drei Spiele. Und habe dann gesehen, die ersten zwei machen wir schon. Das dritte kannte ich noch nicht. Und dann haben wir das mal ausprobiert. Da hätte ich lange googeln für müssen, um genau das zu bekommen. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wo ist die AI halt eher ein Assistent. Und eine Suchmaschine wie Google gibt natürlich noch andere gute, liefert mir Ergebnisse. Also so zeigt mir drei Pizzerien in meiner Umgebung. Das ist wahrscheinlich was, was Google auch nach wie vor besser macht als ChatGPT. Also das kann ich empfehlen, Anker setzen, immer wenn ich was googeln möchte, stattdessen gucken, was ChatGPT sagt. Dann mache ich mal direkt weiter. Auch sehr angewandt für Business-Kontext oder auch für Freiberufler oder egal in welchen professionellen beruflichen Umfeldern ich arbeite, wo ich mit großen Datensätzen arbeite. Also ich habe zum Beispiel neulich zehn Personen interviewt aus einem Team und es ging dann darum, in einem Folge-Workshop Muster herauszuarbeiten, um zu zeigen, was sind bestimmte Entwicklungstendenzen, Wünsche etc. in diesem Team. Und ich habe spaßeshalber, das war wirklich nur so als Gag eigentlich, da habe ich einfach mal alle Notizen. Ich habe sehr viel handschriftlich, also am Computer mitgeschrieben. Man könnte natürlich das auch direkt eins zu eins aufnehmen lassen, diktiert sozusagen. Ich hatte sehr viel, bestimmt eine Seite pro Person oder mehr mitgeschrieben und habe gefragt, hier, das ist das Setting, darum geht es, kannst du das mal nach Mustern durchsuchen. Und habe ein Protokoll gekriegt innerhalb von zehn Sekunden, das sind die Muster und dann noch Kernzitate von jeder Person. Und da war ich auch so, wow, krass, wenn ich überlege, vor gut zehn Jahren, wo ich in meinem PhD auch qualitative Interviews geführt habe und irgendwie drei oder vier Monate, stundenlang pro Tag diese damals 15 Interviews oder so analysiert habe nach Mustern. Damals war es so, da kamen auch gerade die ersten Technologien raus, die erste Software, die auch so ein Muster identifiziert hat, so vor zehn, 15 Jahren, dass das zack einfach so schnell ging. Und ich habe mir das alles durchgelesen, was ChatGPT mir gesagt hat, hätte das verfeinern können durch Nachfassen und habe mir dann aber überlegt, okay, ich mache das doch manuell und bin alles durchgegangen und habe mehr so auf so einer emotionalen Ebene nachgeschaut, weil ich mich natürlich an jede Konversation erinnert habe und gemerkt habe, ah, da war die Person besonders engagiert. Das hat die Person zweimal gesagt, aber ich habe es nur einmal notiert. Ja, da hat die Person länger drüber gesprochen, aber ich habe den Punkt nur einmal aufgeschrieben und habe es dann mehr so auf diesem persönlichen Erfahren von mir nochmal neu ausgewertet. Und bin anschließend, bin ich das, was ChatGPT mir gezeigt hat, einmal durchgegangen, diese zwei Seiten Zusammenfassung und habe gesehen, ah, ich habe alles davon drin gehabt. Ja, oder es war kein wichtiger Punkt, der noch gefehlt hat. Also große Datensätze. Da noch ein kurzes anderes Beispiel, ich habe neulich mit einer aus einem großen Unternehmen, die sind 20.000 Personen, 6.000 in Deutschland, telefoniert HR und sie hat gesagt, sie hat ein 160 Seiten Dokument, was sie eigentlich hätte lesen, zusammenfassen müssen und das hat sie einfach an ChatGPT gegeben. Oder die haben intern so eine andere Software, wo sie firmeninterne Datensätze noch hinzufügen können. Einfach gegeben, zack, fünf Kernaussagen plus noch drei Fragen und hat das company-weit rausgesendet und die KI hat auch noch die E-Mail formuliert. Fertig, das wäre was gewesen, da hätte sie zwei Tage dran gesessen und hat das irgendwie in einer halben Stunde durchgehauen. Das macht total Sinn und kann auch wirklich so weit gehen und sagen, schreib mir eine Management Summary. Und noch die Situation der Kunden, des Kunden zu beschreiben, macht total Sinn. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um zu gucken, wo stehen wir jetzt gerade schon und wo kann es zukünftig sein. Also jetzt gerade, wenn man deine Interviews nimmt, da ist ChatGPT gut darin, diese Datenmengen sich anzugucken und noch Muster anzusuchen und dir die dann zu zeigen. Aber du bist gut darin, zu spüren, wenn du mit jemandem im Gespräch bist, wann ist etwas wirklich wichtig, wo steckt vielleicht noch was hinter, was gar nicht ausgesprochen wurde. Also diese subtilere, deine Menschenkenntnis, deine Erfahrung mit Menschen und da wird KI ja jetzt immer besser. Du hast eben schon gesagt, irgendwann kann sie den Ton of Voice hören, irgendwann die Gesichtsmuskulatur, die Gestik und wie ich mein Gesicht bewege, Mimik auch noch analysieren. Und deshalb ist für mich im Moment ganz klar KI ein Assistent in dem Beispiel. Und dann kann ich entscheiden, was mache ich mit dem Vorschlag von der KI, wo ändere ich das noch ein bisschen ab. Und deshalb sehe ich meinen Job dann noch nicht ersetzt. Perspektivisch wird da aber schon einiges an Arbeitskraft vereinfacht, sagen wir mal. Ich gehe mal gleich weiter. Tipp, der mir super viel geholfen hat, also wirklich mein KI-Game nochmal verdoppelt hat, ist, sich damit zu beschäftigen, wie man eigentlich promptet, also welche Anfragen man schreibt. Und ich habe immer, ich habe am Anfang gedacht, ja, ich habe jetzt drei, viermal eine Anfrage gestellt und die Ergebnisse waren nicht so gut. Und habe dann gedacht, ja, ChatGPT ist halt noch nicht so gut, bis ich verstanden habe, die Ergebnisse sind nur so gut wie meine Anfrage. Also ein konkretes Beispiel. Ich sage, schreib mir mal, das und das habe ich vor, ich will ein Seminar geben, das sind die Kerninhalte, schreib mir mal einen Beschreibungstext und dann bekomme ich einen Beschreibungstext. Und dann lese ich den und denke, ja, irgendwie ist der unemotional, irgendwie ist der zugestochen. Dann liegt das nicht an ChatGPT, sondern liegt das daran, dass ich nicht im Prompt reingeschrieben habe, mach es unterhaltsam, bau vielleicht noch ein überraschendes Element ein, ja, kannst die Zielgruppe duzen und so weiter. Also je mehr Informationen das Tool bekommt von dir im Briefing, im Prompt, desto besser ist das Ergebnis. Und das kann ich allen nur empfehlen. Da gibt es auch tatsächlich so empfohlene Vorgehensweisen, also so Kontext, Zielgruppe, Tone of Voice, Ziel und so. Das kann man sich mal mit beschäftigen. Aber erstmal im ersten Schritt reicht es zu wissen, je mehr Informationen ich gebe, desto besser das Ergebnis. Genauso wie in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation. Wenn ich dich frage, ey, was ist denn der perfekte Ernährungsplan? Und du so, wie, was, wie, für wen, wann? Wenn ich dir sage, so alt bin ich, das ist meine medizinische Vorgeschichte, das will ich erreichen, dagegen bin ich allergisch und so weiter. Das ist mein Schlafrhythmus, also so detailliert wie möglich. Klar, dann kann ich sagen, okay, now we're talking. Ja, ich habe eine kleine Anekdote noch, die da ganz gut reinpasst. Und zwar schreibe ich ja gerade mein Buch über Unsicherheit. Und ich habe vor einem halben Jahr mich mal hingesetzt und habe mit Chat-GPT ein bisschen hergeschrieben und gesagt, hey, ich habe vor, das Buch zu schreiben. Das und das ist mir wichtig. Und gib mir mal zehn Kapitel und Beschreibung dieser Kapitel, inhaltliche Beschreibung. Und das, was ich als Ergebnis bekommen habe, war so perfekt. Und dann habe ich mir überlegt, weil es so perfekt ist und so berechenbar und so obvious, nehme ich das als Grundlage, um es genau so nicht zu machen. Also um ein Buch zu schreiben, das überrascht, das ein bisschen raussticht oder das ein bisschen rausfällt aus so einem erwartbaren Schema. Ja, das heißt, da habe ich Chat-GPT genutzt, um zu gucken, wie möchte ich es nicht machen. Das ist vielleicht auch noch eine ganz schöne Idee. Was hast du noch als Hands-on-Tool? Apropos Schreiben, also wirklich ein textbasiertes Modell, bestehende Formulierungen überprüfen, anpassen, verbessern zu lassen. Deutsch oder Englisch. Ich hatte es neulich mal, dass ich einen Text, der veröffentlicht wurde, der war gute Seite lang, wirklich verfeinern wollte. Ja. Auf Englisch, mein Englisch ist ganz gut, aber nicht muttersprachlich. Ja. Gut, ja, und dann habe ich einfach gesagt, das ist das Setting, kannst das einmal durchgehen, hast du Verbesserungsvorschläge, mach die Verbesserungsvorschläge, mach keine großen, also nicht auf struktureller, inhaltlicher Ebene, sondern wirklich auf sprachlicher Ebene. Und dann paar Sekunden durchgegangen und dann hat ChatGPT jeden Satz sich angeguckt, fast in jedem Satz eine Mini-Änderung gemacht, manchmal nur oder häufiger nur ein Wort ausgetauscht, einmal ein Wort verdreht und dann jeweils noch ein Argument, warum, warum diese Änderung. Ja, also Texte refine durch ChatGPT. Und ein Freund von mir, der auch Akademiker ist, viel schreibt, gerade an einem Buch und der sagt, manchmal ist er so stuck an einem Satz, ja, wenn er nicht weiß, will das so präzise wie möglich haben und irgendwie fließt es nicht. Oder so zwei, drei Sätze, wo eine Kernidee drin ist und dann lädt er das hoch und fragt, krass, kannst du das nochmal umformulieren? Und dann kommt einfach eine Möglichkeit und wir können gucken, passt das oder nicht? Das ist so super, wie oft ich das schon hätte gebrauchen können in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das ist echt ein richtig guter Tipp. Und da schließe ich meinen letzten Tipp an, dann haben wir auch unsere sechs Tipps direkt abgeschlossen und zwar, wenn man Texte schreibt, also zum Beispiel eine E-Mail an jemanden, passiert das sehr häufig, das kenne ich zumindest von mir, dass man einfach drauf los tippt. Also sich nicht vorher überlegt, wen möchte ich erreichen, was für eine Intention habe ich, wie soll sich die andere Person fühlen, wenn sie das bekommt und E-Mail ist jetzt ein Beispiel, geht aber natürlich mit allen Sachen und ChatGPT zwingt einen dazu, zwingen ist jetzt ein Großwort, oder bringt einen dazu, dass man sich überlegt durch dieses Prompting, wie ich etwas formulieren möchte oder was ich haben möchte als Ergebnis. Und das hilft dir dabei, selber bewusst zu werden, was möchte ich eigentlich haben. Also dieser Moment des Innehaltens und des Reflektierens, nicht als verlorene Zeit oder Zeitinvest zu sehen, den ich jetzt bei einer KI habe und den ich sonst nicht hätte, wenn ich einfach drauf los tippe, sondern als Chance zu sehen, dass es eine höhere Qualität hat, das Ergebnis, weil ich mir selbst erstmal bewusst mache, was ich eigentlich will. Stille von mir. Rattert einfach so, es rattert so viel im Kopf, ja, so viele Anknüpfungspunkte, Ideen, wo funktioniert das, wo sind die, wo sind wieder diese Verzerrungen drin, gerade wenn es um das Schaffen von neuen Ideen oder Richtungen geht. Also nicht nur einen Text, wie ich gesagt habe, verfeinere den mal ein bisschen oder ein Dokument hochzuladen, was sind die Kernaussagen davon, sondern wenn es um die Kreation von wirklich neuem, ja, kreativen Content geht. Also heutzutage hat man bei vielen Programmen eingebaut, wo man normalerweise von null anfängt, ah, nimm doch die Hilfe von unserer KI an. Zack, und dann hast du auf einmal, hast du auf einmal gleich Bilder da stehen, ja. Also das war auch noch dieser, dieser letzte Punkt von mir noch als Tipp, wirklich Content erstellen zu lassen, neue Ideen erstellen zu lassen. Yes, danke dir. Also auch eine Person, mit der ich mich unterhalten hatte neulich aus dem HR-Bereich, sehr großes Unternehmen, die auch für eine virtuelle Lernplattform, wo wirklich Seminare angeboten werden, eine KI nutzen, die jetzt eigene Seminare erstellen kann und sogar auch durchführen kann. Also man gibt ein Thema rein, dann sagt diese KI, ah, das ist die Struktur, wir brauchen drei Workshops dazu, drei Wochen lang, das sind die Lerninhalte und die erstellt sogar die Slides inklusive Bildern für die Slides. Ja, und dann ist alles so als Self-Paced Learning online. Natürlich zu diesem Punkt ist es wichtig, dass nochmal ein Mensch rüberguckt und anpasst und korrigiert und so weiter. Und wir unterhalten uns ja auch über the, not only the now, but the new and the next. So, was kommt da noch? Und wie du gefragt hast, was ist die Rolle von Menschen? Ja, ersetzen künstliche Intelligenzen, Coaches, Trainer, Berater, ja, diese Frage. Und wir haben gleichzeitig festgestellt heute, ah, es braucht immer diesen Fact-Checking, KI-Incest, Werte, Verzerrungen sichtbar machen, ja, hinterfragen, welche dominanten Weltsichten noch verstärkt werden. Ja, also vielleicht nimmt der Mensch so ein bisschen so eine, ja, so eine Metaperspektive ein oder ich denke irgendwie so an ein komplett unpassendes Bild, aber so ein bisschen wie so ein Dompteur im Zoo, ja, mit so Raubtieren. Ja, also darauf achten, dass so dieses gefährliche Raubtier so das Richtige macht. Das ist nicht was für eine Metapreise. Wahrscheinlich hört uns jetzt gerade eine sehr kluge KI zu und denkt sich, ach, diese beiden Menschen, was die sich da schon wieder zurechtquasseln, wenn die wüssten. Geht es dir eigentlich auch so, dass du, wenn du mit JGBT schreibst, höflich bist, also auch so Danke sagst und so? Tendenziell ja. Ich versuche das schon auch so zu anthropomorphisieren, also so als mein menschliches Gegenüber zu sehen. Ich weiß nicht, ob das automatisch einfach meine Muster sind, weil ich erwarte, ah, wenn ich menschlicher bin, dann ist die auch menschlicher zu mir. Ja. Ja, oder wenn ich freundlicher bin, merkt die sich das? Ich glaube, das ist so tief in unseren Mustern. Ich glaube, es ist gut, sich jetzt schon mit KI gutzustellen, weil irgendwann ist KI so mächtig, die erinnert sich dann daran, dass wir nett zu ihr waren. Bevor wir in das Ende gleiten, ich bin großer Fan von dem Hype-Cycle, Gartner-Hype-Cycle, kann ich auch in den Shownotes verlinken, weil ich jetzt schon sehr, sehr viele Technologien erlebt habe. Also ich habe zum Beispiel vor 15 Jahren, als Mobile neu war, habe ich mich sehr, sehr viel mit Mobile beschäftigt, also mit Smartphones und auch ein Buch darüber geschrieben und mitbekommen, wie so eine neue Technologie durch verschiedene Phasen geht. Und dann gab es vorher noch das Internet, nachher Social Media, Big Data und so weiter. Und das Spannende an diesen Zyklen ist, dass sie wirklich immer sehr ähnlich sind. Es kommt erst, das heißt, erst die Innovationsauslöser, also da kommt eine neue Technologie wie KI an den Start. Dann gibt es den Gipfel der überzogenen Erwartungen, also wie bei so einer Achterbahnfahrt, da stehen wir jetzt gerade mit KI. Das heißt nicht nur, dass es gerade ganz viel Aufmerksamkeit gibt, sondern auch übertriebene Erwartungen. Also wir denken, dass KI Dinge kann, die es vielleicht noch gar nicht kann, also die aktuell zumindest. Und dann kommt das Tal der Enttäuschung und ich erlebe das jetzt schon in meiner Arbeit und im Bekanntenkreis, dass es so erste Leute gibt, die sagen, ja, ist doch gar nicht so geil, wie wir dachten. Also zum Beispiel, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist wirklich möglich im Hinblick auf Datenschutz? Mit welchen Daten kann ich im Unternehmen tatsächlich arbeiten? Es ist gerade sehr viel Enttäuschung, dass diese angepriesenen Möglichkeiten gar nicht umsetzbar sind. Und dann kommt aber der sogenannte Pfad der Erleuchtung, schönes Wort, und Plateau der Produktivität. Das heißt, jede Technologie, die kommt, wird erst überschätzt, dann redet man sie tot und dann wird sie aber irgendwann Teil unserer Normalität werden. Und ich bin gespannt, ob das mit KI genauso ist oder ob KI die erste Technologie ist, die so disruptiv ist, dass sie sogar diesen Hype-Cycle durchbricht. Lass uns schauen. Nico, hast du noch was, was du zum Abschluss teilen möchtest, was dich beschäftigt? Keine abschließenden Kommentare. Okay, dann würde ich an dieser Stelle gerne meinen Joker ziehen, den ich noch habe. Den habe ich mir für das Ende aufgespart. Und ich habe ChatGPT gerade gefragt, kannst du mir einen schönen Abschluss für meinen Podcast mit Nico geben? Zwei Sätze, baue auch ein bisschen Humor ein. Und ich habe die Antwort noch nicht gelesen, ich lese sie jetzt vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, auch wenn KI immer klüger wird, gibt es keinen Ersatz für einen guten alten menschlichen Irrtum. Dank dir, Nico. Lustig, super. Okay, vielen Dank, Daniel. Und danke an die KI. Freundlich. Und danke an die KI.